Statt mehr Luxuswohnungen brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum, vor allem hier in München. Wie wollen wir Grüne das erreichen? Zum einen, indem wir Wohnungsbaugenossenschaften stärker fördern, zum anderen, indem wir die Umwandlung von günstigen Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen erschweren und indem wir die Obergrenze, wie sich die Miete erhöhen kann, drastisch nach unten setzen. Das Ganze nennen wir Mietpreisbremse und dafür braucht es mehr Grüne im Bayerischen Landtag. Am 15. September mit beiden Stimmen die Grünen wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017